So Leute, da bin ich mal wieder zurück mit einem kleinen, aber feinen Infovideo, beziehungsweise nur, ja, sagen wir Infovideo, es ist eigentlich nur ein Informationsvideo. Denn wie ihr schon am Thumbbell und am Titel gesehen habt, es geht um Travis Scott. Also seit Wochen, Monaten geht eigentlich das Gerücht rum, er kommt wieder zurück, er kommt wieder zurück. Ich habe jetzt eben mal Spaßes halber, was haben wir heute, den 5. April? Also, einfach mal rumgeguckt auf YouTube, ob irgendjemand wirklich Informationen hat. Aber ich muss euch einfach enttäuschen, es hat niemand Informationen. Die Leute sagen immer, ja, dann eventuell, dann eventuell. Und vorweg, bevor du jetzt ein Dislike da lässt, deabonnierst oder was auch immer. Ich will mit dem Video einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen, klar. Aber euch auch damit klipp und klar sagen, wenn der Travis Scott Skin in den Shop reinkommt, werdet ihr es natürlich auch erfahren auf dem Kanal hier. Deshalb gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, gerne auch Creator Code eintragen. Denn viele behaupten halt, Travis Scott hat ja am 30.4. Geburtstag. Dann sein neues Album wird auch um die Zeit kommen. Also ich denke mal so, wenn er überhaupt reinkommt, hört zu, wenn er überhaupt reinkommt, dann vermutlich erst so Ende April. Aber genau das weiß da in Anführungszeichen niemand. Denn es sind nur Vermutungen, der Travis Scott Skin ist fast ein Jahr nicht mehr im Shop drin gewesen. Ninja und so war ja schon drin. Und deshalb denken die Leute halt wirklich, er müsste jetzt langsam mal wieder reinkommen. Ich hoffe, die Information hat euch ein bisschen weiter geholfen. Also wir denken alle so, Mitte, Ende April wird er reinkommen. Also seid gespannt. Und für weitere Informationen gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln. Mir fehlen jetzt noch 5 Level. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.